Wollt klapp machen, genau. Welche Jäger? Hallo, was wollen die denn alles? Oh, da oben meinte. Ich hab dich. Was, bloß noch nicht. Da sind Hescher, Leute. Hässliches Viech. Wer hat Hescher gesagt? Ah, ich muss das sagen. Zwei, ich höre Dings noch an. Davor muss ich sein, haben wir nicht mehr platt. Boah, was? Hallo, hallo, Hilfe. Hilfe, hallo. Teamwork. So, das reicht bloß noch. Boah, der hat alles kaputt gemacht, ne? Das Viech. Den krieg ich jetzt nicht halt, weil... Okay, wo ist mein Kumpel wieder, ey? Die Hescher haben wirklich alles kaputt gemacht, ne? Was ist denn? Was ist denn? Das glaube ich. Mist, ey. Das ist gar nicht gut. Aber der ist gleich down. Aber ätzend ist, dass hier wirklich... Also beide Seiten, jetzt hier verlegen, komplett hinüber ist. Was machen wir jetzt halt? Ich glaube schon, gehen nicht down. Ja, es leuchtet, wird es heller, glaube ich. Ach. Ich hoffe, das war die letzte Welle. Ja, aber für wie lange? Los an den Fabrikator. Toll. Das würde doch nie reichen, ey. Das schaffen wir nicht. Auf keinen Fall. Ich habe jetzt nicht mehr genug Munition. Also ich... Ich werde mal jetzt... werden ganz, ganz viele ankommen. Ja. Und... Entsprechend werden da... ganz, ganz... hoffentlich bald auch, äh... Verstärkungstruppen eintreffen. So, dann wollen wir natürlich rumgucken hier, ob es hier Munition gibt oder sowas. Was liegt denn hier noch so rum? Ein Baskel. Ach, ätzend. Ich kann jetzt höchstens da hinten... Gucken, da haben wir noch Munition hier rumliegen, habe ich gesehen. Dass wir die Granaten reinstopseln als Minen. Ach, es ist noch heil, okay. Praktisch hier und hier. Genau. Dass wir uns damit ein bisschen schützen. Ich glaube, jetzt geht auch nichts mehr, ne? Ja. Da fehlen praktisch 500 für das nächste. Puh... Also ran ans Geschütz und gib ihm... ...Fahren von rechts! Von rechts! Von rechts! Wie lange noch, bis er hier ist! Weiß! Wir müssen noch ein bisschen durch, ne? Noch ein bisschen, ne? Ja, ja, ist schlecht bei... Ja, es ist überhitzt! Habe ich ihn? Komm schon, komm schon! Komm schon, das kann ja ab hier! So, das ist er! Oh! Ich muss sagen, lass mich bitte in Ruhe! Sehr gut! Oh oh! So ein fetter! Oh nein! Ja, richtig schweres Geschütz! Oh! Übelmann! Komm schon! Ich hoffe es! Oh! Sehr gut! Sauber! Den haben wir auch noch nicht? Ne, den haben wir noch nicht hier! Aufhalten! Hey! Wo ist der Hölle? Bleibt ihr! Der wird kommen, ey! Ich hoffe es! Musche, geht rauf! Geh rauf! Jetzt musst du abhüllen! Ah, jetzt beim nächsten Mal... Nein, nein, nicht wegrennen! Nicht wegrennen! Oh Gott sei Dank! Ich hatte schon Panik, dass wir ihn so... Oh ja! So! Er hat das hier verlassen, das heißt... Welle geschafft, oder? Ja, ich habe gerade etwas geschlossen, das hast du am geschafft! Ja, das ist dein Zeichen! Los vom Kettpunkt! Wo denn? Ach, da hinten! Oh! Okay! Bin ja mal echt gespannt, wer das jetzt ist, ne? Eigentlich gesagt, ich tippe auf Bärden! Und dem meinte, er wird sich schon was einfallen lassen, er lässt sich immer was einfallen... Ähm... Gehe ich ganz stark davon aus, dass es Bärd ist! Also Dom kann ich mir... Also nicht Dom, also Dom ist ja sowieso hinüber, aber... Ähm... Ich kann mir nicht vorstellen, dass es der Cold Train ist! Das, äh... Macht keinen Sinn! Wir können nicht auf die Rücken... Nein, 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 nein! Hör auf, das zu sagen! Hahaha... Echt jetzt? Was zu sagen? Alles sauber! Mann, damit beschwirst du nur Unglück heraus! Haha, sehr geil! Willst du mich verarschen? Doch! Tue ich! Wann war denn bei uns einmal alles sauber? Normalerweise würde ich sagen, dass Unglück nichts mit echten Wahrscheinlichkeiten zu tun hat, aber hier muss ich ihm Recht geben! Sag's nicht nochmal! Ach, das ist doch lächerlich! Schaut euch um! Die Gegend ist sauber! Markus! Komm schon, Mann! Ja, der hat weiß nicht, die haben mich irgendwie überzeugt! Ich sag euch was! Wenn ich uns wirklich Pech bringe, werde ich mich persönlich darum kümmern! Jetzt weiter zum verdammten Treffpunkt! Sehr geil! Aber es ist echt so! Es war schon so auch gewesen, alles sauber und dann so BÄM! Auf einmal können wieder Gegner an! Ja, die haben schon Recht! Aber cool, wie die halt selber damit umgehen, ne? Sehr, sehr gut! Oh, jetzt bin ich extra... Also hier geht's nicht weiter, wir sind jetzt nur... Hierher... Ne, doch hier geht's weiter! Oh! Und ein Sammelstück gefunden, find ich gut, find ich gut! Wobei ich nicht glaube, dass wir alle Sammelstücke bisher haben! Er hat gesagt, wir treffen uns an der Kreuzung da vorne! Das hört sich nicht gut an! Und was Großes auf uns zu! Hey, Markus! Du bringst uns nur Pech! Gute Arbeit! Oh! Eigentlich hab ich das nicht! Alter! Sag nicht, dass Bert die entwickelt hat! Und er dann für ein Fernsteuerprogramm hat! Wenn Markus Phoenix Hilfe anfordert, wird's echt hochkarätig! Ach, was ist denn im Fern... Das ist Bert definitiv! Ne, Glatze? Was? Doch! Du rufst nicht an! Du schreibst nicht! Alt geworden! Zu Papa, Marke! Und der Coltrane! Ist zu lang her, Cole! Ja! Zehn Jahre zu lang! Ha! Du kennst doch noch James! Klar! Hab ihn aber kleiner in Erinnerung! Neben dir wirkt jeder klein, Onkel Cole! Ja! Wie bitte? Hab ich dir früher nicht genug Spielzeug geschenkt? Oh! Von deinem Spielzeug hab ich echt die Schnauze voll! Danke! Sein Spielzeug? Kate, Del, das ist Damon Baird, CEO von DB Industries, deren Bots die letzten 20 Stunden versucht haben uns zu töten! Hey! Mal halb lang! Das ganze Keradibi-Ding? Jin war das! Nicht ich! Naja, es stehen noch deine Initialen drauf! Kommt dir irgendwas davon vertraut vor? Du nimmst Reißaus vor der Chor! So vor ungefähr sechs Monaten! Und komischerweise verhaftet dich niemand! Oder wie wär's damit? Vor kurzem steckst du in Siedlung fünf Fests! Und dann taucht wie aus dem Nichts ein Bot-Transporter auf, landet und nimmt dich mit! Hm! Okay! Oh, ernsthaft, Dad? Hast du dich auf mich aufgepasst? Ich würde das wussten, nachdem du suchst, heißt... Danke! Hahaha! Zu geil! Na, kommst du klar mit dem Baby? Wenn du wüsstest, was heute los war, würdest du nicht fragen! JD nimmt Jack Jr. und einer von euch nimmt Second Betty! Okay! Sau geil! Und wieder da! Hm! In Fleisch und Blut! Ah! Ich hab sie vermisst! Sicher? Auf so ne ganz komische Art! Ich weiß, was du meinst! Und da kommt unser Taxi! Oh! Ich bin hier, Schätzchen! Alle startklar? Wie früher! Sag mir, dass das die Idee deiner Frau war! Also Sam und ich sind nicht verheiratet! Besondere Freundin bitte! Sie bestand darauf mitzukommen! Hahaha! So geil! Hammerhart! Hey Kinder! Hört ihr mich da oben? Ja, ich hör dich! Komm zum Damm! Ach und Onkel Bad! Versuch mitzuhalten! Hahaha! Hammerhart! Jetzt haben wir so epische Riesenroboter! Und hier wie früher das Bild gerade, ne? Yeah! Mega geil! Okay! Wir haben uns doch gut geschlagen, Kleiner, oder? Ja, denke ich auch! Ja, wir gehen vor und teilen euch mit, was uns erwartet! Okay! Tja, würde ich sagen, an dieser Stelle machen wir dann aber mal einen Break und sehen uns beim nächsten Mal wieder! In diesem Sinne, bis dahin! Euer Mr. Zocker!